was geht ab leitung hier wollte schnell kurz raus laufen weil da war eine ameise angezeigt aber die ist gerade verschwunden ich hoffe ich krieg die noch so häufig ist hier auch nicht die ist noch da perfekt die ist noch da gönnen wir uns doch kleiner snack in der früh so wo ist die denn jetzt ist wieder weg da ist sie hier ist sie doch ich schreibe doch ninken tage ob ihr den schon habt ihr wisst bescheid falls ihr mich und den kanal unterstützen wollen ein like ein abo kommentar und aktiviert die glocke vielen dank hunderter nicht aber gar nicht so schlecht das mit der ameise war jetzt schon stelle ich euch denn mal ab hier vielleicht leute wir sind jetzt unterwegs ameise gefangen video hochgeladen erste rocket stop erste rocket boss des tages ist cliff und cliff ist zufällig am selben stopp wo ich am ersten tag alu gemacht habe kann vielleicht was bedeuten aber wahrscheinlich nicht die hälfte von unserem drei viertel von unserem macho mal auseinander genommen ist natürlich nicht so gut an sich müssen wir gar nicht bewegen weil er blöcke ist jetzt noch mal so hier 1 gegen 1 viel das war ja eigentlich ganz gut aus für uns auch ohne lade attacke hoffentlich lädt der kampf jetzt gegen den so viel auf dass ich noch die lade attacke von korte raus bekomme und dann habe ich ja einfach mal das hat voll geladen wenn das rauskommt beim drauf so das wird jetzt geblockt hier wuchtschlag zack 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 ah ja ok jetzt haben wir nur eineinhalb pokémon gebraucht so was hast du für uns cliff alter wie er sich aufregt zu öfter immer noch kein stein schreibt und die kontakt ob wir schon stein bekommen habe jetzt schon schon viele gemacht aber noch kein stein bekommen und kein schein naja machen heute noch ich habe gerade ein rocket stop gemacht und da war wohin genau drin und wie jeder weiß brauche ich noch ein hunderter wohin genau oh mein gott tomate war der zweite oh mein gott richtig leidend alter so leidend zweimal manki und einmal irgendwas angriffs ah ja mach hallo von dem habe ich ja letztens ein shiny sogar bekommen jetzt habe ich Zeit zum tauschen ich kann nichts mehr dazu sagen wir steigern uns noch acht versuche dann hätten wir einen 99er wenn es so weiter geht oh mein gott das sagt halt euch gar nichts das ist die sabi schule ihr wisst früher habe ich jugio gespielt und hier wurden turniere ausgetragen also der raum die schule wurde gemietet am wochenende am samstag da war dann ganz münchen dort alle zum kartenspielen magic jugio die stars pokémon und so weiter echt gute zeiten aber anscheinend wurde da zu viel geklaut zu viel randale und dann ja die schule ärger bekommen oder die leute die es gemietet haben haben ärger bekommen von der schule und dann hat das leider aufgehört war eine krasse zeit schau dann alle jugio spieler und magic spieler und pokémon spieler und pokémon go spieler und schild und schwert spieler demnächst schau da dann alle das ist eigentlich kein lustiges thema wir sind zwei demos ein anti demo gegen die andere da waren zwei drei journalisten die haben mich erkannt und wollten ein foto mit mir machen weil die zocken auch pokémon go ja aber wie gesagt eigentlich kein kein lustiges thema aber lustiger moment wenn cdu-abgeordnete in thüringen offen über eine koalition mit der afd nachdenken verursachen sie damit fatale risse im demokratiegefüge rechtsextremisten leben ein autoritäres system die sprache die sie verstehen ist eine autoritäre ich hole nochmal zweimal manki ab der kleine hat sich übrigens gerade ein shiny gegönnt manki was aber nicht so schlimm ist weil die brauchen hunderte kein shiny nicht mal annähernd ich habe ein pandy am start und ich muss sagen nach dem halloween event mit der goldbit crest ist kann hier so leicht das so wie in dragon ball schwere klamotten ausziehen wir haben uns jetzt so dran gewöhnt dreimal farbehaft zu werfen hintereinander das dreimal großartig einfach gar nichts ist kein problem setzt mich ein paar agen und dann geht es weiter zu den manki crests jetzt wieder doppel manki time und alter nicht mal annähernd nope vier fünf versuche müssten wir heute noch haben ansonsten event finde ich jetzt nicht so toll ist nicht wirklich was zu tun vielleicht mache ich noch einen rocket boss ansonsten ich habe gerade mit einem latios cliff besiegt das war heftig das war echt heftig eine drachenklaue nach der anderen einer stein nice latios mvp hatte mozzi sandama und panferno und ich hatte nur noch so ein stück kp gegen leider nicht scheinlich panferno attackiert drachenklaue attackiert drachenklaue attackiert drachenklaue dadurch dass nach einer großen interaktion der ich das mal immer so eine pause entsteht wo der gegner nichts macht konnte sich die drachenklaue immer wieder laden ja und dann dann war es das das war klasse aber leider nicht shiny immerhin einer stand endlich mal so ein raichu wird sich gegönnt wobei durch das rocket event sind so schlechte rates am start recht hätte ich so oder so gemacht shiny hunderter arena punkte tagespost tagespost so schauen wir mal das ist schon mal kein hunderter und das ist auch kein shiny nochmal doppel manki da vorne sind nochmal zwei und dann war es das muss mal heim und das ist ein edeka wusste ich gar nicht 485 leider nein leider leider die letzten zwei manki quest dann geht es heim arbeit ruft mehr dazu demnächst im 30k abos bestellen ihr wisst bescheid leute ist der nächste morgen wir sind wieder zu hause musste gestern abend relativ schnell heim die kacke war am dampfen wie man so schön sagt jimsi 23 flang uhr hat gekämpft und spoiler auch wenn man es eh schon überall gesehen und gelesen hat uhr hat verloren aber juckt mich jetzt nicht so ich bin kein uhr fan aber er ist halt der youtuber den man kennt weswegen das event auch so beliebt war so gefragt war so geil war und gestern abend hat er auch KSI gegen logan paul gekämpft Teil 2 und der hat war eigentlich gar nicht da ich wusste nicht mal dass der kampf stattfindet ich weiß noch Kampf 1 war richtig richtig klaus ah naja das war das eine andere sache jetzt momentan läuft auch noch World Finals 2019 von LOL G2 hoffentlich gewinnen die ich bin gespannt werde ich mir nebenbei noch gönnen während ich jetzt dieses video hier schneide ansonsten ja ich meine das event wie gesagt habe ich schon oft gesagt finde ich jetzt nicht so toll ich lauf rum und mach meine Mankey Curs mach paar Aränen und und hier und da hin und wieder mal nachdem ich 6 Rocketstops besiegt habe einen Boss halt ich habe gestern mit 2 gemacht das war glaube ich sogar 2 mal Cliff und einen habe ich sogar nur mit Latus besiegt also das war saftig aber einen Stein habe ich bekommen aber ausbeutetechnisch war jetzt nichts krasses dabei auf jeden Fall wie gesagt gönne ich mir jetzt das Finale und schreibt nun den Kopf tage ob ihr das Finale ausschaut ansonsten viel Erfolg viel Glück viel Spaß noch mit dem Event chilligen Sonntag wünsche ich euch und wir sehen uns morgen na ne wir sehen uns heute Abend im Livestream Schwarz vorbei 21 Uhr jeden Sonntag wir sind live aber das war's von mir Leute wir mal liken, subscribe, kommentieren checkt die Annemies ab drücken auf Instagram, Facebook, Twitter checkt den Shop ab vergesst nicht Pokemon is serious business